In diesem kurzen Video zeige ich dir wieder, was sich in der Zwischenzeit nach den letzten vier Tagen oder fünf Tagen bei MX RefShare abgespielt hat, ergeben hat, wie sich mein Konto entwickelt hat. Ich habe hier jetzt 59 Dollar wieder zur Verfügung. Ich werde hier jetzt wieder ein Ad-Bag nachkaufen, gehe bei Ad-Bags, ein Stück, gehe auf meine Hauptseite und die Millionaires-Bags mit dem 50 Dollar, hier kann ich einstellen, Mini, Medium, Millionaires. Ich nehme die Millionaires und purchase Bags. Ad-Bags purchased completed successfully, so dass das funktioniert. Und jetzt schaue ich wieder in meine Town-Line, in your Ad-Bags und hier habe ich jetzt meine gesamten Ad-Bags, die was abgelaufen sind und auch die, die was jetzt noch aktuell sind. Also die aktuellen fangen jetzt hier an und das müssten jetzt sein. Insgesamt 25 Stück. Ich kann das kurz durchzählen. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Also 25 Millionaire Ad-Bags mit 50 Dollar. Also man sieht, es wächst dauernd laufend rein passiv. Und das ist der große Vorteil dabei. Und ich habe hier noch immer ein Guthaben von 276 Dollar. Da kann ich dann, wie gesagt, ich gehe noch mal kurz hier rein. Weitere Becks kaufen, in weiteren Plattformen hier einsteigen. Das sind dann diese. Ich werde auf diese warten, wo ich 500 Dollar investieren kann. Die MX9 Plattform mit 500 Dollar. Das ist der nächste Schritt. Und dann bin ich bei insgesamt bei vier diesen Plattformen schon dabei. Und diese erwirtschaften dann wiederum weitere Umsätze, weitere Gewinne. Ganz kurz hier noch zur Werbemöglichkeit. Hier die Banner Ads. Hier kann ich die Banner schalten. Ich werde heute auch noch Werbung machen für andere Programme, für andere Produkte. Die kann ich dann hier schalten. Und hier meine Townline. Auch die ist wieder gewachsen. Ich habe hier in der Zwischenzeit 27 direkte und 11 indirekte. Also es lohnt sich wirklich dabei zu sein. Nicht warten. Jetzt loslegen. Jetzt einsteigen. Der Link befindet sich immer unterhalb des Videos. Hier kannst du dich registrieren. Hier kannst du einsteigen. Hier kannst du starten. Also viel Spaß. Viel Erfolg.